Mh, der hat sich in ein... Bärenverwandelte? Da war ich zu langsam. Bärenverwandelte, Ah, okay, Discord Warrior. So, wir haben Discord Warriors. Und wir haben... Haben wir ihn besiegt? Ja, tatsächlich, er ist tot. Your Majesty, our new building is complete. I'm gonna get you. Oh, come to Papa! Your Highness, we've improved the guardhouse. In the name of the Sovereign! Das ist jetzt grad'n bisschen nervig. Okay, da ist... In the name of the Sovereign! Your Highness, we've improved the guardhouse! Sovereign! In the name of the Sovereign! Your Highness, we've improved the guardhouse! In the name of the Sovereign! I serve this, Major! In the name of the Sovereign! Mhm. In the name of the Sovereign! The royal treasury is nearly empty! Wo?! So, jetzt muss rote Discord-Warrior hier weg! In the name of the Sovereign! Three cheers for Travis! Welcome to Papa! My Veteran Guard is now level. Sehnt euch den Kampf mit ihm? Da oben sind nur 2 Untote und der Sewer Entrance. Aaaaaaahhhhhhhhhh! Kommt auf Papa! Ich weiß nicht ob wir den noch schaffen werden Ah, ist ja schön, dass sich meine Helden auch endlich einwischen Sagen wir so, solange er sich nur auf den Tower konzentriert und die beiden ihn jetzt reparieren können I serve with pleasure Ich habe das Gefühl wir prügeln ihn gerade ganz gut runter Ja, er ist fast tot, okay, ich glaube den kriegen wir Wir sind glücklich, Your Majesty Mhm Ja Ja Advanced, advanced Trade roots Clash of Empires Das sieht so aus, als ob man es da mit Goblins zu tun hat Ich würde mal sagen, wir gucken erstmal worum es in den einzelnen Missionen geht, also die 5 hier Weil das ist Expert und das ist alles auch Expert weiter außen Und das ist auch Expert, also gucken wir uns mal die Mission an Destroy the Rodan, the Red King and all broken sewer mains in the realm Das klingt nach eben so etwas ähnliches wie bei den Goblins, noch heute mit Rattenmenschen, was etwas schwieriger sein könnte Fortress of X-Mill Seek out and destroy the X-Mills Fortress Okay, auch keine Einschränkungen Klingt auch noch nicht so schwierig Urban Renewal Also Destroy all Red Guilds, Elfenlaunches and Gambling Halls Das klingt ein bisschen schwieriger, deswegen lassen wir das mal gerade so weg Und Clash of Empires Destroy all Redmen and Goblin Lairs Das könnten wir als erstes machen Und Trade Roots ist das letzte, was ich hier habe Da kommen Trading Cars von außerhalb der Map Und wir müssen unseren Marktplatz erreichen Die nächsten 30 Tage lang Und die Hälfte muss ankommen Also sagen wir mal so, das und das hier klingt am schwierigsten Ich würde mich eher mal mit dem Clash of Empires beschäftigen In der Hoffnung, dass sich Goblins und Rattenmenschen wirklich auch mehr selber bekriegen, als dass sie uns angreifen Jo, nehmen wir das My liege, I'm pleased to report that our newest northern settlement Your subject will be overrun Versuchen wir es einfach mal Ah, viel haben wir ja nicht gerade Hall of Champions Buildings Ah, Marktplatz haben wir schon, okay Genau, wir stellen die Blacksmith auf Wow Wir haben schon mal die Goblin-Stadt entdeckt Und das heißt, in der Richtung gibt es gleich mal ein Garthaus Das ist nochmal ein Goblin-Lager Das ist... Anouk Was wollt ihr da unten? Manchmal... Vielleicht habe ich mir gerade wirklich die schwierigste Mission ausgesucht Ach man, könnt ihr nicht da oben mal erkunden, dass ich da was hinbauen kann? Ein Ratten-Nest, okay Das ist... Das ist jetzt schon... Das gibt's nicht, ich kann da immer noch nichts hinbauen Ah doch Ich habe schon wieder einen meiner Kultisten da unten irgendwo verloren Hey cool, da steht ein Schneemann Ich hätte wahrscheinlich wirklich erst die Rattenplage ausradieren sollen Und da habe ich ja nicht so gut Bis zum nächsten Mal.